Höre nie wieder auf andere. Unter jedem Dach ist ein Ach. Meine Oma sagte immer, im Stau und auf Toilette sind alle gleich. Alle gehen sie nur gebüppt zum Klo. Und deswegen musst du auch keine Angst vor großen Tieren haben. Du musst überhaupt gar keine Scheu haben. Ist der oder die besser als ich? Völlig uninteressant. Und ja, jedem Dach ist ein Ach. Und jeder hat irgendwo eine Baustelle oder irgendwo einen Nebenkriegsschauplatz. Und da muss er sich selbst drum kümmern. Und das geht dich überhaupt nichts an. Deswegen nicht für andere denken, was sollen die anderen denken, wenn ich jetzt das oder das mache, was muss ich mir dann anhören. Es geht dich alles überhaupt nichts an. Du machst dein Ding. Und nie vergessen, unter jedem Dach ist ein Ach.